Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Channel Dieses mal spiele ich wieder Blackshot mit einem guten Freund von mir der heißt Slayer RealLife Kevin auch einen eigenen Youtube Channel und werde ich auch in die Beschreibung packen ja gut der muss gleich wieder zu mir rein der Spack heute spiele ich mit der Enfield wieder mit meiner PSG 1 und wieder mit dem Altbekannten aber ich finde die Rammverteilung hier in dieser UB also in dieser Animated Battle Arena so schlecht ich finde eigentlich das ist relativ geil weil da kommt irgendwie das Feeling ähm ja von ich führe das Feeling hier einfach besser ja das schon aber wenn zum Beispiel der Pitata da ähm zu dir rein wäre da wäre das viel fairer der Rammaufteilung gewesen ja das finde ich so scheiße und du aus dem Anführungszeichen jetzt mal nur weil ich ja nichts zu sagen also wenn du spielst schon gut aber nein nein ich bin ich an und weiß Lohrl er ist ja ich bin jetzt ungefähr hat kein Haare zwischengepasst so weit wie wir in der Name gestanden sind ich finde das erinnert halt irgendwie jetzt mehr an ich finde das erinnert jetzt irgendwie halt mehr an äh zum Beispiel COD oder ja ja ich habe es nicht mehr die Welt nach wie schon ich hätte die Metsverkonten Stärken eh so richtig warum um und bist du das oder war ja ich weiß nicht wie du bist wo du bist das ist ja das Problem komm alter Ha! Wollen wir nicht Freunde sein? Mh, lieber nicht. Nein! Alter, ist so ein... Jetzt muss ich eh gleich Selbstmacht begehen. Komm! Pommes ist zu mir, Alter! Haha. Ich mach das so ein Pella. Ach ja, ich hab einen Kill gemacht. Das ist ein Pott. Er hat die AK-Bur-Bahn, ja. Die ich, das ist nur, weil ich ins Bogen gekämpft habe. Äh, ja, es ist nur, weil ich ins Bogen gekämpft habe. Wenn ich gerade die seine Waffe erklären will, muss ich gleich wieder raus. Das Problem ist bloß irgendwie, finde ich... Soll! Das Problem, finde ich, an der Map... Der Sporn. Ja, nein, die Map, finde ich, jetzt für... Wieso, wenn ich Spieler zum Beispiel viel zu klein bin? Äh, viel zu groß bin. Ja, wie man es nimmt, aber... Komm mal hoch. Also, was? Komm mal hoch in das Haus. In der Mitte? Aber du schlacht es mich nicht ab. Weiß es nicht. Was? Man weiß es nicht. Jolo. Ja gut, jetzt bin ich oben. Schau dich ein bisschen um. Hä, Jolo? Soll ich noch mehr um? Ähm... Ich... Ich bin jetzt gerade gesprungen und jetzt habe ich ein Leben. Toll. Verdammte Scheiße! Ich bin jetzt gerade gesprungen. Loll! Ich kenne es da. Statt zur Zeit, du tötest mich auch noch. Mann! Da sieht man es mal, wie in Nubi ich bin. Alter! Wie lange hast du auf mich eigentlich gekauft, Alter? Sehr lange! Sehr lange! Sehr lange! Sehr, sehr lange! Das ist ja das Problem. Ja! Komm! Junge! Ja! Du hast ja die geile Granaten da. Ja! Ja! Du kommst jetzt eh gleich von hinten! Ich sehe es jetzt schon. Genau das! Ah, meine Maus pack wieder mal! Ja, du hast ja die geile Granaten da! Ach, das ist jetzt so krass. Warst du AFK? Ja. Weil, zufälligerweise, jemand in mein Zimmer gekommen ist. Ah. Ich hasse das. Ah, nee, jetzt auch die, die auf dem scheiß Gebäude da rum. Das Problem ist, wenn... Die Spasten müssen immer zu mir. Das Problem ist, wenn irgendjemand in mein Zimmer reinkommt. Ja toll, dann macht der nie die Tür zu. Oh, ich kann das einfach nicht. Also, ich hasse das, wenn ich irgendwie spreche und andere hören mir dabei zu. Wenn ich jetzt nicht direkt mit den Leuten spreche. Ja, da bist du nicht die Einzige, die das Problem hat. Ja. Weil vor allem, wenn ich dir dazu höre, denkst du... Ja, deine Leute, dass du irgendwie Selbstgespräche führst oder sowas. Ja. Aber das Problem ist auch, ich muss uns gleich... Ja, egal. Ja. Du bist nicht die Einzige, der essen muss, Alter. Was? Musst du essen gehen oder was? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja. Ja, warum? Ja. Es, ich bin so ein Scheiß... ...mach in die Luft ... ...dick was dann geht? Komm ich jetzt? Komm ich jetzt? Du musst oder das nur? Ja. Oh. nicht ich hab's doch gewusst ich bitte dennoch ja bei zehn Minuten muss ich jetzt hier auch mit dem Video haben wir auch die Worte eine halbe Minute wer muss das schon aus als auch wenn ich mir das Kostos erhält aber die eben immer gesagt dass wir da sind die Augen aus dem aus dem Leben also nie aber sie waren auch nicht auswarten so wenn du die eben passt ja die Zinzipien da ist ja noch jemand im Spiel nicht schaden dieser Spastik ich habe ihn dieses erkennt nur ich hab mir gerade gedacht ich hab dich getötet und dann ich hasse den Kieler Wann machst du doch mal jetzt eine Minute ich muss jetzt aber weg gut an 30 Sekunden tisch ja gut, dann nehmen wir den als Abschlussköln also Leute nein ja super, warte, jetzt stechen die doch nein, nein das war wie eine UBA ich glaub es hat euch gefallen also ciao bis zum nächsten Mal